Werte Leser und Hörer meiner Vorträge, ich möchte heute sprechen über eine Bestrebung, die in der Slowakei, Tschechoslowakei entsprungen ist. Es geht um das Buch Die ewigen Gesetze von Natalia Macri de Nova. Ich habe die Werke durchgeschaut und ich musste empfinden, dass etwas nicht stimmt. Aber oft geht es so, wenn man ein Werk kopieren will oder auch wenn man es unbewusst kopiert, denn die Worte sind Ehren. Sie sind gesetzt. Die Worte in der Kreisbotschaft von Abdel Schien sind so stark und Ehren gesetzt, dass man es nicht einflechten kann in Eigenes. Natalia Macri de Nova machte in ihrem Buch Eigenes. Noch nicht im ersten Band. Das entspricht noch den Gesetzen der Schöpfung und der Wechselwirkung. Es geschieht noch im Ringschluss eines Geschehens. Dann aber wurde wie immer der Mensch eigenmächtig und hat eigennützlich dann gehandelt und gewisse Wahrheiten verdreht. Also ich kann euch nur sagen und den Rat geben, achtet gut darauf, was ihr empfindet. Nicht, dass ihr vergleicht die Kreisbotschaft mit dem Buch von Natalia Macri de Nova. Nein, vergleicht es nicht. Ihr habt keine Zeit, die Bücher zu vergleichen. Zudem gehören die Bücher ja auch nicht an die Menschen, die bereits schon gefunden haben die Wahrheit. Dieses Buch wollte ja die Autorin den Menschen geben, die auf dem Weg gehen, die suchend sind und um dann später auf die Kreisbotschaft zu schliessen. Um dann auch später in der Kreisbotschaft den tatsächlichen Aufschwung zu erhalten für ihren Geist. Nathalie Macri de Nova ging eigenartige Wege, das werdet ihr sehen im Buch. Rätselt nicht herum, rechnet nicht und sorgt nicht, denn gesetzt ist alleine die Kreisbotschaft. Achtet derer immer und vergleicht nie die Kreisbotschaft mit Menschenhand von einem Menschen, der noch so berufen war, niedergeschrieben wurde und als die vier Gesetze den Menschen übertrug. Ja, mehr kann ich nicht sagen, ihr müsst es selbst empfinden, wo der rechte Weg ist. Solange ihr aber unterscheidet von diesem Buch zum anderen, werdet ihr immer hängen, ihr werdet herumhängen, ihr werdet grübeln. Also hört das Grübeln auf. Fragt euch, welches Buch ist das Wahrhafte? Und da könnt ihr nur sagen, die Kreisbotschaft, nicht? Ja. Viele Menschen, die hoch berufen waren, sie gingen dann nach einer Zeit, nach zwei Jahren, schon fünf Jahren, gingen sie eigene Wege, obwohl die Gabe ein Lehen war und sie nicht selbst. Diese Gabe sind, ist nur ein Lehen war aus dem Himmel. Noch besser gesagt, von Abdurstein selbst. Er gab dieser Person auch alle Kraft, die es braucht, um ein solches Werk zu vollenden. Dass sie dann andere Wege gingen, zum Teil falsche Wege, das ist dahingestellt und es ist nur allzu menschlich, was halt die Menschen tun. Sie gehen immer eigene Wege. Sie halten den Weg nicht aufrecht. Sie halten die Kraft nicht aufrecht. Oder wenn wenig vorhanden ist, wenn es ruhig wird, wenn es lau wird, dann wachen diese Menschen, diese Berufenden nicht wieder auf und dösen so dahin und machen Eigenes. Nur so viel zu Nathalie Makridinova. Den Rest müsst ihr empfinden. Was sie über Ismail meint, was sie über Immanuel sagt, über ihren Sohn. Das alles müsst ihr selbst empfinden und für euch richtig stellen. Haltet euch aber nicht allzu lange auf, denn es gibt nur ein Buch, nur eine Lehre. Und die ist entweder die Lehre von Jesus, Christus, von Nazareth oder Abdurstein, Immanuel, auch in Parzival, ein Trigon, das die Menschheit auch nicht versteht, die es lieber in das Mystische hinabzieht, damit sie es nicht verstehen muss. So hat jedes seine Gerechtigkeit und Gültigkeit. Achtet aber immer darauf, wo ihr empfindet und wie ihr empfindet. Und so wie das Wie ist, das gibt euch die Sicherheit in der Empfindung. So viel zu den Bestrebungen, die es viele gibt. Sei es Lorber, Makridinova und so weiter. Viele Bestrebungen, die eben durch die große Gabe, die sie damals erhielten, auch aus der Strahlung von Abdurgin direkt, haben sie dann Eigenes gemacht. Der Mensch darf nicht Eigenes machen. Er soll immer im Willen Gottes schwingen. Nur das zählt. Und nur das bringt dem Menschen Glück und Frieden. Nur das wird ihn aufschwingen. Alles andere verbleibt im Verstand, im Grübeln, im Nörgeln, im Rechnen und Sorgen. Das wollen wir nicht. Also seid auf der Hut. Tragt wie der Hut. Diese Beständigkeit braucht ihr. Die Beständigkeit täglich aus der Kreisbotschaft zu lesen. Die Beständigkeit wird täglich eine halbe Stunde lang. Eine halbe Stunde lang euch für ganz Geistiges hinzugeben. Den Kanal öffnen für euch, damit nichts Unwertes hereinkommen kann. Also bemüht euch, täglich eine halbe Stunde lang, euch zu öffnen, im Tag, damit nichts Unwertes euch erreichen kann. Und es gibt viel Unwertes. Wie viel Selbstherrliches geschieht mit dem Menschen oder wird verführt zu selbstherrlichem Tun, egoistischem Trachten. Ja, die Menschen. Sie suchen jetzt einen Führer. Und sie sehen ihn nicht. Denn sie glauben, es müsse anders sein. Aber es wird so sein, wie es sein muss. Nicht das Was ist, nicht das Was und Wo ist gefragt, sondern das Wie. Nicht das Was und das Wo ist gefragt, sondern das Wie. Wie ihr immer denkt gegenüber dem, was ihr empfangt. Eure Empfindung ist das Wertvollste, was der Mensch besitzt. Durch die Empfindung kann er erst zu Gott kommen. Die Empfindung leitet und führt ihn zu Gott. Im Gebet, im Dank, in einem frohen Dank, dass der Mensch das erleben darf. Ist es nicht herrlich, dieser frohe Dank dann, wie er ankommt, an der Welt. Und das war noch nicht so lange her. Da wurden die 144.000 gerufen. Sie wurden gerufen, durch Parzival, ein letztes Mal auf dieser Erde in Erscheinung zu treten. Und sie wurden alle gerufen. Wie sie kommen. Schon wieder das Wie. Wie sie kommen. Wie sie die Wahrheit aufnehmen. Wie sie dem Gesandten gegenüberstehen, ist ihre Sache. Wie. Dann aber kommt Was. Was hast du daraus gemacht? Tja, das Was kommt dann? Was hat der Mensch daraus gemacht? Der Berufene, der Fromme, der Einsiedler, der Gesandte, der Ritter, der Jünger, der Jünger, der Rekke, die hohen Berufenen. Was haben sie damit gemacht, als sie gerufen wurden in den Dienst der 144.000? Und die sind alle hier. Sie sind hier. Sie machen in Kleinigkeiten und in ihrem beschaulichen Leben das, was sie vermögen. Aber sie müssen mehr tun. Sie müssten in Erscheinung treten. Sie müssen wenigstens so in Erscheinung treten, damit sie, wenn sie unter die Menschen gehen, damit man sie entdeckt, damit man sie sieht. Sie müssen auffallen. Sehen Sie die Menschen, die auffallen, im Schönheitssinn, im Gang, im Schritt, in der Sprache, wie sie sich geben, wie sie sich bemühen. Recht zu sein, als rechter Erdenmensch. Im wahren Menschentum. Den Menschen vorangehen. Ein Vorbild sein. In Achtung. Im Edelmut. Dann der Mann im Heldenmut. Wo ist es? Schaut nun um euch, bei euch, was ist geschehen mit dieser Welt. Aber wenn ihr das seht, dann seid ihr die, die das gesehen haben, dass ihr es für euch ändert. Für euch, damit es hinausstrahlt und andere packt. Es ergreift. Sie auch so sein wollen wie ihr. Dann schaut nicht mehr auf andere Bestrebungen. Schaut nur auf euch. Denn jede Bestrebung hat etwas Gutes. Nicht alles ist schlecht. Nicht alles ist schlecht. Oft haben Bestrebungen auch sehr Gutes in sich. Genauso wie die Kirche etwas Gutes hat, in dem der Mensch hineingeht, hoch aufblickt und Gott vernehmen kann in diesen hohen, reinen Hallen. Überall kann der Mensch Gott finden. Ja, der Mensch ist nun aufgewacht. Er bietet nun die Kraft, dass Gott ihm die Kraft gibt für sein Voranschreiten. Der Mensch aber muss in dieser Zeit des Voranschreitens nie müde werden. Er darf nicht müde werden. Er muss vorangehen. Immer mehr. Immer weiter. Und dabei auf die Symbolik achten. Denn in der Symbolik liegt eigentlich sein Leben. Die geistigen Helfer legen ja die Symbolik vor die Füsse dem Menschen, damit sie sie sehen. Sie müssen sich nicht mal bücken. Es ist so bequem, wie die Symbolik arbeitet. Aber sie kommt urplötzlich. Und es sind nicht Symboliken, wo der Mensch herumrätselt. Sondern es ist ganz klar, schnell, einfach. Ein Schritt oder sogar ein Schnitt. Das ist die Symbolik. Achtet darauf. Ihr kommt sehr, sehr weit damit. Und ihr werdet glücklich sein. Tja, die Menschen wissen nicht richtig, was Symbolik ist. Aber in allem, was er erlebt, sei es auf Reisen, sei es im Restaurant, im Café, auf der Bahn, bei Menschenandrang, immer gibt es seine Symbolik, die für ihn ein Auslöser ist. Er löst also etwas aus, der Mensch. Und schon tritt etwas zu ihm. Von außen. Und das ist so stark von außen, dass es ihn erfasst. Das ist Symbolik. Also achtet darauf. Auf die Rede und was euch begegnet. Es ist großartig. Ein schönes Land hier. Korn, wo das Auge schaut. Überall Korn. Ja. Hier wird noch Korn gemacht, gepflanzt, geerntet. Wenn ihr heute so einen Turm seht, dieser Turm da hinten, vielleicht den G4-Turm oder G5, dann denkt einfach, oh, wo bin ich heute geistig unterwegs? Denkt nicht im Schlechten über diesen Turm, das ist eine Ausstrahlung. Denkt einfach, wo bin ich heute selbst? Im Geistigen. Es soll eine Mahnung sein. Oft sind die ja an Autobahnen entlang. Und wir denken da oft nur irdisch-materiell, nicht geistig. Lasst euch nicht verwirren von den vielen Menschen, die uns begegnen, auch auf Autobahnen. Früher ist man sich begegnet viel näher und hat es an sich gerieben. Aber heute ist nur ein bequemes Aneinander-Vorbeifahren. Also achtet darauf, auch auf diese Werte. Sie sind unzählig, diese Werte. In der Symbolik könnt ihr alles an euch erfahren. Und ihr wisst, wo es steht. Ihr wisst genau, wenn es so weitergeht mit euch, dann kann es schlimm enden. Oder es kann sehr gut enden. Kommt darauf an, was es ist. Glück oder Unfrieden. Wenn ihr Glückliches erlebt, dann ist es ja großartig. Dann dankt einfach dem Schöpfer. Denn ohne ihn ist nichts auf dieser Erde. Wenn ihr Unglück erntet, dann dankt auch. Verweilt eine Weile. Denn ihr müsst es ja verarbeiten. Das Unglück. Aber dann dankt ihm auch. Denn ohne dieses Unglück würde dir oder würde der Mensch nicht an sich reifen. Nicht kraftvoll weiterschreiten. Und es ist alles ein Schreiten vorwärts. Immer wieder. Schritt für Schritt. Und Altes zu abschneiden. Ja. Und immer Altes abschneiden. Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und immer das Alte abschneiden. Nimmt es nicht mit. Nimmt alte Vorstellungen. Alte Hänge. Nimmt sie nicht mit. Und die kleinen Hänge, die könnt ihr noch kontrollieren. die großen Hänge aber nicht von Neid, Misstrauen, Überheblichkeit, sich dauernd zur Geltung stellen. Dieses könnt ihr, müsst ihr abschlagen. Ihr müsst es in euch vernichten. Denn es ist die Wunde, tatsächlich die Wunde, die die Menschen niederhalten. Daraus gibt es die Eitelkeit und der Mensch ist verloren. Denn Eitelkeit ist immer ein Gestrüpp, ein Knäuel von gleichwertigen Geistern, die sich um euch scharen werden, sobald Eitelkeit herrscht. Seid also nicht eitel. Seid einfach bescheiden im Wort und im Denken. So wünsche ich euch, haltet euren Herd der Gedanken rein. Ihr Immanuel Markus Bösch Geistern.